Wir fahren morgen nach Holland und laufen dann im Rennen dort noch und dann am Wochenende ist Herne. Und hier kommen die Sieger der 70 Kilometer Skull Arena Tour. Vielen Dank Sabine, weiter viel Erfolg, wir sehen uns nachher bei der Siegerehrung. Dankeschön Sabine. Für unsere Sieger bei Rund-und-Grenzparteisport Frankfurt. Ein Riesenfeld hier bei den 70.